Musik Ich grüße euch, hier ist Ingo Gutmann. Heute zeige ich euch einen Rhythmus. Ein Rhythmus der Wiedervereinigung. Homecoming, die Wiedervereinigung von feminin und maskuliner Energie. Und dazu verwende ich feminine Rhythmen und einige feminine Rhythmen und maskuline Rhythmen. Unten in der Beschreibung habe ich euch ein paar Links getan zu einigen bekannten femininen Rhythmen, die ich hier auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Und auch einige maskuline Rhythmen habe ich da unten verlinkt. Und was du jetzt machst ist, entweder nimmst du die Rhythmen, die ich vorgeschlagen habe für dich oder du entwickelst deine eigenen, was ich sehr begrüße. Und dann bewegst du dich von den femininen Rhythmen zu den maskulinen Rhythmen und hin und her. Und was du tust ist, du badest die maskulinen Rhythmen, die badest du in der femininen Energie. Also ungefähr so. Ich beginne mit einem femininen Rhythmus. Femininen Rhythmen sind alle Rhythmen, die sich wiederholen und gleichmäßig sind. Das sind femininen Rhythmen. Sie sind raumgebend. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Das schaue auch dahin, bitte. Und dann bewegst du dich von diesem femininen Rhythmus. Öffnest du und gehst in die maskuline Spielweise hinein. Maskulin bedeutet, maskuline Rhythmen bewegen sich in dem Raum. Immer neu gründend. Entdeckerisch. Abwechslungsreich. Nicht beständig. Die femininen Rhythmen sind beständig. Und dann bist du in dem maskulinen Rhythmus und bewegst dich dann wieder von da zu dem femininen Rhythmus. Und das machst du einfach hin und her. Es ist ein Tanz. Es ist ein Tanz. Es ist ein Tanz. Okay, ich mache mal vor. Teine Rhythmus und bewegst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die feminine Energie öffnet den Raum, macht den Raum und die maskuline Energie bewegt sich in dem Raum. Das ist es, was ich dir heute zeigen will. Und du machst es in deinem ganz eigenen Ermessen, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Es geht darum, dass du in Harmonie kommst, dass du deine Energien balancierst, deine femininen und maskulinen Energien eben balancierst. Alright, dann wünsche ich dir ein großes Vergnügen damit, viel Heilung und Hoffnung. Ich wünsche dir einen schönen Tag dir.